Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper, heute gibt es wieder eine neue Folge COD News und diesmal geht es um die Collectors Edition, die am gestrigen Tage auf der Comic Con vorgestellt wurden, bei dem Event von Treyarch, wo ja auch der Zombie Modus Trailer vorgestellt wurde. Und in diesem Video wollte ich einfach mal die ganzen Collectors Edition dort vorstellen, es gibt nämlich drei Stück an der Zahl, einmal die Hard Edition, dann die Juggerknock Edition und dann die Digital Deluxe Edition und ich wollte euch einfach mal zeigen in diesem Video, was diese Edition mit sich bringen, damit ihr euch mal entscheiden könnt, was ihr euch holen könnt, beziehungsweise auf was ihr Lust habt. Und ich würde sagen, fangen wir gleich mal mit der Juggerknock Edition an und zwar beinhaltet diese einen kleinen Mini Kühlschrank, der designt es wie ein Juggerknock Automat und sogar Licht und Soundeffekte wie dieser hat, ist ziemlich cool die ganze Sache und der ganze Kühlschrank beinhaltet bis zu 12 Dosen sozusagen, also man kann bis zu 12 Dosen reinstellen, wahrscheinlich auch ein paar Flaschen passen rein, ist wie gesagt nur ein Mini Kühlschrank, aber ich finde es ein mega cooles Gimmick und ist eigentlich sozusagen schon das Muss für einen Zombie Fan. Dann gibt es dann ein Untersetzer Paket mit den Perk Motiven von Juggerknock, Quick Arrive, Speed Cola und Double Tap und mit dabei ist auch noch eine Black Ops 3 Dose zum Aufbewahren dieser Motive oder dieser Untersetzer. Dann des Weiteren gibt es natürlich das Spiel auch mit dabei mit einer exklusiven Steelbook Ausgabe und dann noch den Season Pass für Black Ops 3. Dann gibt es noch limitierte Spezialisten Konzeptart Karten, auf diesen sind die neuen Spezialisten Klassen aus dem Multiplayer gedruckt mit jeweiligen Informationen zu der Klasse, Biografie und weiteren Tipps und Tricks zu der jeweiligen Klasse. Und wie bei Black Ops 2 gibt es auch wieder eine weitere Zombie Karte in diesem Paket und zwar ein Der Riese Remake, das sollte man ja eigentlich schon kennen aus World at War die Karte, die Karte wurde einfach nur geremaked, sieht auch wahrscheinlich ein bisschen anders aus denke ich mal. Das Ganze ist noch nicht wirklich bekannt, aber es gab da eine ziemlich gute und interessante Beschreibung und zwar steht dort Der Riese, erlebe die Zombie Geschichte mit Dempsey, Nikolai, Gerichtofen und Takeo wo Origins geendet hat. Ziemlich interessant, denn auf einmal steht dort, dass es einfach weiter geht, wo Origins geendet hat. Bin ziemlich gespannt auf die Karte und ist wirklich cool, dass es diese Karte jetzt wieder gibt in Black Ops 3. Und dann gibt es noch unter anderem die offiziellen Black Ops 3 Soundtracks zum Download. Ich weiß nicht, ob es einfach nur die Theme Songs gibt, die bei den Trailer verwendet worden sind oder ob es auch Zombie Downloads gibt, ich weiß das nicht so genau. Es steht ja zwar nur die offiziellen Black Ops 3 Soundtracks, aber woher die genau sind, das weiß man leider nicht. Und zum Schluss gibt es dann noch drei Personalisierungspakete für den eigenen Charakter mit Tarnung, Visitenkarte und Fadenkreuz. Zum einen gibt es dann das Paket Waffenfähiges 1-Rens 5 und Cyborg, welches man schon aus Black Ops 2 kennen sollte und zuletzt noch das Black Ops 3 Bonus Paket. Ja, das waren jetzt schon die ganzen Inhalte, die mit der Chakernuk Edition mitkommen. Wie gesagt, für mich als Zombie Fan ist es eigentlich ein Muss. Ich werde die ganze Zeit dann auch bestellen, wenn sie dann auf Amazon heute rauskommt, denn es ist bis jetzt nur auf dem Armin-Markt rausgekommen und da war es wirklich mega schnell ausverkauft. Wenn ihr da zugreifen wollt, dann müsst ihr aber schon ein bisschen in die Tiefe in die Tasche stecken, denn das Ganze kostet 200 Dollar, was umgerechnet um die 170 oder 180 Euro hier sind, wenn die das Ganze umrechnen. Beim meisten ist es bei Call of Duty so, dass die einfach die ganzen Sachen 1 zu 1 übernehmen. Das kann sein, dass es einfach bei uns auch 199 Euro kosten wird. Wie gesagt, ist es ziemlich teuer, aber ihr habt wirklich coole Zombie-Gimmicks mit dabei. Als nächstes kommen wir dann zu der Harden Edition und zwar besteht diese Edition nämlich aus dem Spiel Black Ops 3 natürlich wieder in einer Steelbook-Ausgabe. Dann gibt es auch dort die limitierten Spezialist-Konzept-Art-Karten. Dann auch die neue Zombie-Karte oder Bonus-Karte with Giant, also der Riese-Remake. Und die Soundtracks zum Download und die zwei Personalisierungspakete Waffenfähiges Einsatz 5 und Cyborg. Wie gesagt, ist halt eine verkleinerte Art ohne Kühlschrank und ohne diese Untersetzer, aber ist trotzdem noch lohnenswert, denn ihr habt die neue Karte, die Zombie-Karte with Giant mit dabei und halt die Steelbook-Ausgabe von Black Ops 3, die ich wirklich nice fand. Ich hatte nämlich bei Black Ops 2 nämlich auch eine Harden Edition gekauft und ich war ziemlich froh, dass ich das Ganze gekauft habe, denn dort hatte ich die Nuketown Zombie-Karte mitgekauft. Und die kam erst für die ganzen anderen Spieler, die diese Harden Edition oder diese andere Edition nicht hatten, die durften die Nuketown Zombie-Karte erst ungefähr ein halbes Jahr später kaufen und spielen. Deswegen war ich da ziemlich froh und als Zombie-Fan ist es, wie gesagt, eigentlich schon ein Muss. Und ja, von den Kosten wird die Harden Edition um die 80 bis 90 Euro kosten. Da weiß ich noch nicht so genau, wie viel das Ganze sein wird. Letztes Jahr war das auch um die 80 Euro, deswegen denke ich, dass das Ganze auch dieses Jahr so wieder sein wird. Ja, und zuletzt wurde dann auf der Comic-Con die Digital Deluxe Edition vorgestellt und diese Edition besteht nur aus Download-Inhalten. Das heißt, wenn man diese sich holt, das kann man dann nur aus dem jeweiligen Store machen. Das heißt, entweder auf Steam, auf Xbox Live-Marktplatz oder auf dem PSN-Store, da kann man das Ganze dann kaufen und dann gibt es dort auch die ganzen Inhalte zum Download beim Release. Das heißt, die Edition besteht dann aus dem Spiel Black Ops 3 und dem Season Pass, dann bekommt man natürlich auch die Bonus-Tommy-Karte with Giant. Und zuletzt die drei Personalisierungspakete, bestehend aus waffenfähiges 1.5 Cyborg und dem Black Ops 3 Bonus-Paket. Also ist wirklich eigentlich auch eine gute Variante für die Leute, die meinen, ja, ich habe jetzt nicht so das Geld für die Harden Edition oder für die andere Edition. Denn ja, das Ganze kostet nämlich 100 Euro, aber ihr habt da zusätzlich den Season Pass und das Spiel dabei, was ja eigentlich insgesamt beide schon um die, ja, unter 10 Euro kostet. Deswegen, ihr kommt auch ein bisschen billiger mit davon weg und ich würde es einfach empfehlen, wenn ihr einfach beides auch schon mal gleich von Anfang kaufen wollt. Ist eigentlich schon eine wirklich gute Variante für die Leute, die einfach nur das Spiel haben wollen und den Season Pass. Kommen wir auf jeden Fall günstiger mit davon weg. Und was vielleicht noch wichtig ist, ihr könnt die Juggernaut Edition und die Harden Edition leider nur auf der PS4 und auf der Xbox One vorbestellen. Die Digital-Deluxe Edition, die gibt es auf allen Plattformen, also auf PS3, Xbox 360 und auf PC. Aber wie gesagt, die Juggernaut Edition und die Harden Edition, die könnt ihr leider nur auf der PS4 und auf der Xbox One vorbestellen. Ist halt dieser Next-Gen-Vorteil. Ja, das war es jetzt eigentlich auch schon wieder zu diesem Video. Ich werde natürlich die Links zum Vorbestellen in der Beschreibung hauen und es sind keine Rev-Links. Nein, ich verdiene immer noch kein Geld mit YouTube, aber ist auch egal. Wie gesagt, ihr könnt da auf den Links klicken und da werdet ihr weiter automatisch geleitet. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, gibt es das Ganze in Deutschland leider noch nicht zu kaufen. Aber vielleicht ändert sich das und da werde ich natürlich dann auch die Links in die Beschreibung hauen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr euch für eine Collectors Edition holt. Ich werde als Zombie-Fan natürlich zu der teuersten Variante greifen, zu den Kühlschlangen. Ich finde das einfach ein mega geiles Gimmick. Ich will einfach diesen Kühlschlangen hier stehen haben, die Juggernaut-Automaten. Und ja, schreibt doch einfach mal, was ihr euch für eine holt oder was euch am besten anspricht. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und somit hoffe ich, euch hat das Video wieder gefallen. Damit bis zum nächsten Mal. Euer Reaper. Euer Reaper.